Guckt euch das an, ist eigentlich broken so. Ne? Eigentlich schon. Vielleicht killen wir ihn auch jetzt einfach. Guckt euch das an. Ist es nicht broken? Okay, jetzt haben wir ein Problem. Wirklich jetzt? Ich wollte mich gerade nochmal schieben, dann hätte ich ihn glaube ich gehabt. Also es ist glaube ich schon broken. Aber Darius ist halt noch mehr broken. Darius, das ist halt... Was soll ich da machen? Was soll ich da machen? Alter, ich krieg's nicht mehr aus. Alter, das war ein Kampf. Das war ein Kampf, du. Wurde jetzt noch zwei Adekais gefilmt, weil ich Lux Support gespielt habe. Ja, also Lux Support ist halt so ein Meme. Muss man sagen. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Kommt hier noch ein Ult? Kommt noch der Ash Pfeil? 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 Kommt noch... Oh, da oben ist es... Ah, okay. Vielleicht kommt noch der Ash Pfeil? Vielleicht kommt Lux noch die Hoffnung? Ich bin tot. Nice! No! Alter, ich hasse das einfach. Ich hasse einfach... Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da und jetzt hat ihr mich gekillt ja tolle wurst gut sausage a very good sausage alter das ist ja das ding ich warte ja schon auf uns gehen seit zwei jahren den ich spielen will und er kommt einfach nicht und ich habe kein mann aber ist gerade nicht so ich komme nicht mal mehr raus oh shit hier sind ja gegner fack 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 ich dachte wenn alles mates ich dachte alles kumpels gewesen der mir ja 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 so wieso 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 wir konnten die gewählte adresse nicht finden was was wieso nicht mein haus ist weg mein haus ist weg mir kommt die kumpel kumpel hä what so wo können wir jetzt was denken ich wäre ja willkommen willkommen ich könnte die flash eine bombe machen problem ist er ich habe den motor schon an und ich lauf gleich aus ja okay also es war schwierig aber sie gut vom tor gekillt ja schön ich könnte ja demolizieren ich bin der demolischer sexy würdet power plates nehmen wirklich ja jetzt können wir aber was machen rein potenziell okay das war's schon und jetzt obacht gleich könnte die lautstärke ein lokales maximum erreichen ich bitte sie nun alle die kopfhörer aufzusetzen und maximal laut aufzudrehen wieso das macht was die fliegende jahr ist okay warum er hat es noch mal ende irgendwann jetzt aber am limit leute kann man das nennen wirklich plates am limit aber an minions leute das ist okay an minions und auch das problem ist dass er jetzt mein taub das ist nicht ganz so geil zugegeben kannst du bitte sterben guckt euch an wie lange der scheiß hält alter komm jetzt her du kleine missrat war schon wieder wirklich like wirklich die töte ich noch das ding ist ich komme nicht aus der lane raus weil kein damage kein nix min jetzt kennen mich das ist echt ziemlich nice leute das ist meiner very minor ja dann nehme ich mir jetzt aber playdings hier du sonst müssen wir hier runter ja ja bleib ich da drin jaja das war hier können wir den schnell wenden das hat mir gefallen tausend gold in mein gesicht das muss reichen ich hab noch ein komet der kommt noch hinterher ja willkommen willkommen Jinx Komet Broken Insane New Meta Korean Lifestyle Also komplett sweet Nein, 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 nein Lauf, 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 lauf Ich würde für ein Outplay gehen, Leute Also, ähm Ähm Ich bin zu schwer Lass mich nicht los Nicht, please Diffuser Heilige den Diffuser, meine Freunde Geheiligt sei der Diffuser Dein Nebel komme Dein Aroma In meiner Nase Heute Nacht wie auch Morgen Nacht Ewig sei dein Nebel Amen Diffuser Pass auf Ich mach die, die geschobene Kugel Leute Okay Ja Ja, Jarvan, Leute Jarvan war, Jarvan hat interventiert Er ist ja Interventeur Aber Aber Midnight Lord get it here Ich meine, bewegt sich das Fahrzeug auch oder steht er die ganze Zeit da? Nein, das steht die ganze Zeit hier Seit, seit fast einer Woche steht er hier kontinuierlich Ich, ich, ich glaub ich hab Halluzination Bewegt sich da ne Mülltonne? Was ist das denn? Du Scheiiiiss Kommst du mal kurz? Kommst du mal, kicken sie mal da Ja Oh mein Gott Unser Ja Ja Die haben aber nicht gesehen, dass sie geflasht haben, oder? Also Ähm Ja Also Also Ähm Also Leute, jetzt Jetzt kann eigentlich nur ein Emote im Chat kommen Nur ein einziges Ähm Also Ähm Niemand hat's gesehen Das ist das Das ist das Die 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017